Hi zusammen. Marina Weisband vom Team Aula mit einer Bitte um eure Unterstützung. Es war noch nie so wichtig wie jetzt, dass die junge Generation lernt, Verantwortung für sich, für ihre Gesellschaft und für ihre Umwelt zu tragen. Dass die Erwachsenen von morgen nicht bloße Konsumenten, sondern Gestalter sind. Wir glauben, Verantwortung kann nur lernen, wer Verantwortung trägt. Deshalb haben wir das Beteiligungskonzept Aula ins Leben gerufen, mit dem Schülerinnen ihre Ideen und Projekte rund um ihre Schule oder Kommune entwickeln, diskutieren, abstimmen und verbindlich umsetzen können. Also gelebte Verantwortung und Gestaltung. Wir erreichen das mit Hilfe einer Online-Plattform und ausführlichen didaktischen Materialien. All das steht Interessierten kostenlos zur Verfügung und wird seit 2014 vom Verein Politik Digital e.V. stetig weiterentwickelt. Inzwischen ist Aula bundesweit an immer mehr Schulen und Kommunen. Wir haben das Beteiligungskonzept evaluiert und festgestellt, es funktioniert. Aula hilft tatsächlich, das Selbstwirksamkeitsgefühl von Jugendlichen zu steigern, sie zu vernetzen, sie zu aktivieren und sie aufmerksamer zu machen für die Bedürfnisse ihrer Umgebung. Und uns erreichen entsprechend viele Anfragen von Schulen und anderen Organisationen, was uns wahnsinnig beflügelt. Wir möchten dieses Projekt in die Breite tragen. Wir möchten es mehr Kommunen verfügbar machen und am liebsten auch an politische Institutionen anbinden. Dazu müssen Multiplikatorinnen ausgebildet werden, die Software muss weiterentwickelt werden, Hosting und Support müssen gewährleistet sein und wir als Team müssen als Berater und Fortbildner zur Verfügung stehen, um Menschen dabei zu unterstützen, das Projekt erfolgreich umzusetzen. Das alles ist ziemlich viel Arbeit und kostet Geld. Als gemeinnütziger Verein sind wir auf Spenden und Förderungen angewiesen. Wir wollen explizit nicht uns von großen Unternehmen abhängig machen, sondern ein Projekt von der Zivilgesellschaft für die Zivilgesellschaft machen. Mit einer einmaligen oder monatlichen Spende und sei sie noch so klein, helft ihr uns, dieses demokratische Projekt dahin zu tragen, wo es am dringendsten gebraucht wird, nämlich an Schulen und Kommunen. Klickt einfach auf den Spendenlink oder informiert euch auf www.aula.de und ihr habt meine ewige Dankbarkeit.